Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Cars History, dem großen Einhebenungsprojekt. Ja, wir haben endlich anfangen können, nach Mühe und Krach und Not und so weiter, die Dickschicht anzufangen. Während hier oben weiter fleißig abgebaut wird. Mal sehen, was zuerst passiert, dass wir die Dickschicht fertig haben oder dass dieser Berg abgetragen ist, wenn wir ein flaches Ebeneshofplateau erstmal haben. Dann werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. Hier sind sie auf jeden Fall noch fleißig dabei, die erste Fläche zu machen. Da lassen sie wieder Steine liegen, einfach so. Ja gut, Stein hat schon wirklich abgenommen, muss ich sagen. Achso, da hat mal wieder einer aus der Seite rausgehauen. So. Ja gut, hier sind auch noch so ein paar Abstufungen, die nach und nach halt wegkommen. Immer wieder interessant, wie die arbeiten. Manchmal würde ich einfach gerne nur das Ding kopieren, aber geht ja leider nicht so leicht, oder? Nein, Priorität, Ways, Goals. So, maximal Größe. Kommt mir irgendwie gerade größer vor als das hier, oder? Ne, ist genauso groß. Okay. Okay. Machen wir es mal so, die Breite. Oh ja, da sieht man sehr schön die Abstufungen drin, die wir gemacht haben, so. Oh, natürlich, so. Ja, hier oben arbeiten sie schön. Also ja, fleißig sind sie schon. Kann man nicht meckern. Immerhin haben sie schon ganz oben das, was oben drauf war und die zweite Schicht schon fast abgetragen. Und da hat sie wieder Flup gemacht. Und da hat sie schon fast abgetragen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist richtig Oh, ich habe auch genau richtig getroffen, so wie es aussieht Also ja, das hier Zu dem hier Gut Na, machen wir wieder Steine in den Abflug Und hier, ich habe auch genau richtig getroffen, so wie es aussieht, die ich in den Abflugge ist, die ich in den Abflugge ist, die ich jetzt nicht verabschiede. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wie sieht es hier aus? Mal wieder ein Haufen Steine, die liegen bleiben. Ach, teilweise laufen sie da drüben noch. Oh. Ja, jetzt wird ziemlich chaotisch hier gelöchert. So, wie sieht es hier aus? Zurück ist das hellbraune, weil da ist weg. So, wie sieht es hier aus? Mehr als genug Gras. Wobei ich mich gerade frage, wächst da der Weg zu? Kein Gras wundern. Sieht hier nämlich fast so ein bisschen aus, als ob es immer mehr wird. Huh. Huh. Ich kann Bäume fählen, aber halt kein Gras sammeln. Man beachtet auch, unser Stein nimmt ab. Müssen wir bald mal wieder einen vom Flatten zum Steinbruch rüberschicken. Okay. Oh. Okay. Okay. Ich bin jetzt hier. Ah, wäre die Treppe auf der Seite, würde schneller gehen, aber nö, lieber nicht. Ah, wäre die Treppe auf der Seite. Der ist weit vom Ziel abgekommen. Mit dem einzelnen Stein gehst du jetzt auffüllen. Oh, gut. Gott, der Stockpile ist fast geleert, ey. Gott, der Stockpile ist fast geleert. Äh, hier? Wir müssen gleich hier weitermachen. Okay. Okay. Du gehörst zum flaten Team, oder? Oh, das habe ich dann zu lang gemacht. Okay, nächste Ebene. Okay. Oh!